Beim Fortnite-Kopf und schärfst du dich nicht? Ich bin mit so einem Pferd beim Fortnite-Kopf und schärfst du dich nicht eigentlich? Ein Pferd, gell? Der Travis sieht aus wie ein Pferd, oder? Der Pferd sieht aus wie ein Pferd. Travis, was? Wieso sieht der aus wie ein Pferd? Ja, wir haben gedacht. Ich bin Franklin, wer will sich boxen? Willst du dich boxen? Willst du dich boxen? Was passiert, wenn du deine Mannschaft bist? A, B, C, D, E, F, G. Niko fliegt ein Elephant im P. Warum sagst du mal hier in den Chess? Jetzt bist du Hit gewonnen. Ich bin Hitler gewonnen. Eieieie, Captain, erschießen. Boah, wieder auf der PS4, die lauter als ist als mein Düsenjet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, mein Neil. Sollst du mich nicht sehen? Ich will dich! Ach man! Hab Lobby gemacht, du Schwulette! Hä? Ich hab heute gestern eine Million bekommen, warum krieg ich jetzt noch eine Million? Hä? Sag wann hat er das bekommen? Ich hab gestern eine Million bekommen! Boah, Junge! Ich hab heute bekommen! GTA, das scared mich, Alter! Ich hab nicht bekommen! GTA macht nicht, Alter! Warum schwertest du nicht GTA? Weil die wissen, dass ich klaue, deswegen geben die mich nicht, weil ich klauen kann eine Million! Aua, Unfall! Warte mal, da eingepenner oder warte! Ich will jetzt gucken, ob ich drei Millionen habe! Komm doch, über Dings ranne! Kaufe das! Ne, ich mach Clips! Ich töte mich dabei! Ach man! Ach man! Deine Mann! Warte, heiße Travis! Und John Broke! 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 Bis zum nächsten Mal.